munition war fissig nein warum kann ich keine ordsünde kann man die nicht ordsünde oder wie kundings mehr so scheiße wie sie war mit der türe da fliegt nur so weg wir müssen unbedingt das spritzerfach vergrößern wir können das so viele spritzer mitnehmen und auch mehr muni für scharf schützig wird obwohl wir denen uns ja jedes mal mit denen uns ja jedes mal eigentlich irgendwie verletze so dass sie jedes mal die spritze wieder gebrauchen kann ich mache das in mich mit absicht dass ich die fliege ich hast jetzt noch ein bein ist das übrigens das ist mir die letzte partie gefallen dass ich immer axsack das ist ein bein keine achst dann schlachten wir gleich mal ab da ja natürlich ist er jetzt tot oder zehn schuss moni das ist schon mal gut streichhölzer so kommen wir auch her so viele gängige und zeige und so kann das schon mal passieren ja aber da das ist das ding darunter sein dass du siehst das fiel mit dem tressor auf dem kopf was der hell was der hell ist going on drei zu ja ja falsche knarre in der hand hey das ist doch zum kurzen wo ist er jetzt jetzt explodiert gleich der ganze raum weil ich feuerzeug streichhölzer der bodegorfer wegen dem kassiert ist so alles aus ich glaube dahinter lag was nein lag nichts doch und bestimmt muss ich da runter ja wohl von ist eine bombe Munition, alle. Als Maul. Sag das nicht jedes Mal. Der Hauptsache, das Ding. Fall um. Du, komm wieder zurück. Hat der was droppt? Nein. Aber was. Oh, das wollte ich aber gar nicht. Da drüber, da gab es nämlich auch was zu tun. Oh, ist egal. Wird schon der richtige Weg sein. Da war so Falle auf dem Boden. Da bin ich reingelaufen. Und jetzt? Da ist kein Horn. So kann ich nicht lang. Das sieht so komisch aus, das Ding. Ist er wieder zurück, oder? Geht nicht. Ja, genau. Okay. Kann auch einfach durchrennen. Ich sehe halt gar nichts, gell? Irgendwas piepst. Da fliegt man jetzt bestimmt gleich wieder irgendwas umdobere. Oh. Verdammt. Das war knapp. Also da war auf dem Boden sowas wie Stolperfalle. Also man stolpert zwar nicht dann, aber man löst irgendwas aus. Muss ich jetzt besser aufpassen. Soll ich den Tausend doch? Ist ja fix. Ich komme nicht ran. Was geht da schon wieder? Eine Leiter. Ich bin gespannt. Was uns da jetzt noch erwartet? Bevor man das dritte Teil finde. Oh, ein Bolzen. Punk an Muni können die mal noch ein bisschen vertragen. Nämlich gar nichts mehr. Ah, da haben wir das dritte Teil. Los, brech's raus. Ja, oder? Ich bin gespannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist die Schüsse jetzt? Okay Jetzt soll ich da durchrennen oder was? Leslie! Leslie! Wo ist? Kid! Kid! Kidman? Ist sie auch hier? Kid! Kid! Geht's ihr gut? Geht's ihr gut? Ihr gut! Geh zurück! Ich mach das auf! Leslie! Komm raus! Aber weh, du rennst wieder weg! Können wir denn nicht ins Bein schießen, dass er da bleibt? Ja, ja, chill! Muss erst mal nur abschicken, was da noch so geht Ja, es ist doch offen Jetzt haut er wieder ab So, ein Fail mit dem Typ Und ich hab da einen großen grünen Potsch, hier sei Jetzt kann ich den nicht holen Jetzt kommt der Metzger mit seinem Fleischerhammer Ah, jetzt? Ist ich den jetzt töten oder? Aber was? Oh, what the fuck Mach mal ab, du Digga Shit Hier geht's schon mal nicht weiter Pff Hä, kein Pumbo-Munition, man Ja, Schießung ist sein Ding am Rücken Alter Ja, klar, killt er mich, oder? Boah Das war knapp Aber jetzt killt er mich So, Leute Von heute Planänderung Ich muss mir gleich kurz Ich muss mir gleich kurz Dings erstellen Ähm Ähm Für die Armbrust Bolze Ich schieße einfach gleich, denn was soll's So Los, komm Das war's doch schon Zwei Schuss Was ist los? Tausender Pott Yes Yeah baby Was ich jetzt, jetzt kommt der wieder so Giftgas Halten So Ich erstelle mir jetzt aber trotzdem Bolze Wer weiß was kommt Wollte ich eh schon, weil ich mache Oh, die Dinger kann ich auch kaputt machen Ey, ich hab keine Pumper Munition Das ist doch zum Kotze Komm Da ist der Radl Dann drehen wir gleich mal Oh, scheiße Der Hinger kommt schon wieder auf Lauf weg, lauf weg Oh, treff eh nichts Das ist jetzt, dass er ein Tresor als Kopf hat Verstehen Ne, wir lassen auch einfach die Die Dings Die Dings Schon wieder einer Ah, das ist eben kaputt Das ist doch verrückt Oh, da steht er wieder auf Was war hier in der Tasche Da liegt was Und ladet vorsichtshalber mal noch Wer weiß wie viele von den Teilen Da noch im Storz sind Mann Was du da noch so Wackele So viel Schuss hab ich da jetzt noch drin Weißt du klar, du Penner, oder? Aber da lag doch gerade vorhin irgendwo ein Rad Uh, der ist stärker Das war knapp Ganz gechillt noch ein Padlet ziehe Von dem Wo war das jetzt, wo das Rad da lag Auf dem Tisch Das konnte ich aber gerade vorhin nicht mitnehmen Ah, da liegt's Mann, warum tut's da immer so Selfest nix mehr Ventilgriff I know it Kommt jetzt aber nicht schon wieder so ein Teil, oder? Ja, jetzt wirft der auch nur so fallen Putze, fix Scheiße, wo war jetzt das Ding? Das Ventil hier Und da kommt schon wieder Steckt's im Helm So, jetzt Da ist immer nur ne Down Besuch quasi, dass ich in dem Sein Scheiß Falle rein Jetzt schnell Mach das Ding Vorher der Nächste kommt Was? Okay Kommt da jetzt wieder einer, oder was? Oh man, ey Das abhauen Ich hab Bock mehr auf den Da oben ist der Falle Ah Die Tresore hängen es um sich. So, zieh den Hebel. Fatz. Endlich. Erstmal prinzipiell einfach mal in die andere Richtung latschen. Weil, dann geht es bestimmt. Lampe raus. Ja, da ist der Tausender. Das ist doch da, wo der Leslie gerade vorhin noch geschlappt ist. Ja. Da sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Ist auch sehr schwer in so einem Spiel. Den richtigen Weg zu finden. Kann ich da runter? Nein, kann ich nicht. Jo, jo. Der Abstieg. Kapitel 7 überlebt, meine Freunde. Wow, 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 wow.